So eine halb kaputte AK, irgendwas. Ach, das hier mit dem Kleen, 10 Schuss sind das. Ja, 10 Schuss, glaube ich auch. Das ist, oh ey. Du wirst doch nicht glücklich eigentlich. Nee, und davon schießen 8e daneben sowieso. Aber irgendwie finde ich es schon geil, dass wir mal wieder hier... Ich wollte ja schon immer mal, aber alleine hatte ich auch nicht so die Muse und jetzt dachte ich mir, ach komm, bleib mal. Komm, lass uns mal. Was haben wir zu verlieren? Bald das Vibe. Nö, nix. Das Dash ist voll. Die Kohle, wie viel Kohle hast du? 20 Mille. Na, siehst du. Das wollen wir mit der Kohle, Alter. Das ist umsonst gehortet. Ist alles weg. Einfach so. Einfach so. Gelöscht. Klack. In mühsamer Kleinstarbeit zusammengeschaufelt. Blut und Wasser gespitzt. Ja. Aufgeregt, alles. Arschwasserschübe gekriegt. Ich bin drin. Ja, ich auch. Wo bist denn du? Hier im Fort Knox hier. Was? Ja. Ich bin hier am Teiler Park. Warum ist das? Wo ist die Uhrzeit? Ach, da. 21 Minuten. Wo ist die Uhrzeit mit der Steuerung? Ach, C war ducken. Okay. F war durchsuchen. Okay. Mann, das ist ja ein PMC-Exit. Boah, hier geht's schon los, Alter. Oh Mann, ich bin hier hoch. Ich leg einfach alles um, Fly. Ich bin ja scheißegal. Mir auch, direkt auf einer. Ich habe auf alle Fälle einen Freund gefunden hier. Bacon of Hope. Ich brauche ein Stück Bacon of Hope. Ja. Oh, die Parik ist schon geil. Ja, klar. Supergeil. Wenn ich da dieses beautiful light sehe, Alter, das kann sich direkt verstecken, Alter. Diese trostlosen Laps. Das stimmt. So Detail, Alter. Da haben sie irgendwie so einen Bunker, da ein bisschen Laps nachgeahmt. Oder Blutflecken auf der Erde. Und sonst ist da Schicht im Schacht. Jetzt bin ich am Dreier. Warte doch mal auf mich irgendwie. Wir sind jetzt hier spät. Achso. Ich bin an der Pommesbude vor dem Dreier. Kommst du? Nee. Nee. Ich bin jetzt mal so kritisch, geil. Alle drei sind im Dreierdurm hier. Scheiße, ich bin ja alleine. Ja, komm. Nichts durch. Riefen vor lauter Lachen. Ich spreche es nicht. Ja, das ist gut in der Tage. Dabei, Matschie! Dabei, Matschie. Bist du rein? Ja. Ah, da bin ich hier. Ja, da bin ich hier. Ja, hier. Ah. Cool. Der Typ eben ist getrunken. Warum auch, weiss ich auch nicht. Der lag schon. Ganz komisch. War das hier auch gekommen von uns? Keine Ahnung. Was schießt hier? Hast du geschossen? Nö. No, ich scho. Tut. Ist es кто? Nö? Wo bist du hinblei? Ach da. Ja, wir warten quatschen. Ich weiß es gar nicht mehr. F1. Ah. Zutra wippel. Wies denis am Boden. Alles reinbecken, ja. Aber das ist auch kein Star. Ich höre doch hier Enzo. Ach, das ist... Ja, ja. Hey. Schießt er auf dich? Ja, ja. Da schießt er rein. Dabei, dabei, dabei! Dieses Arschloch. Hat er dich erschossen? Nee. Ach so? Ich dachte, er hat dich erschossen. Ich hab ihn. Okay. Du lebst noch? Nee, ich bin tot. Dieser Wichser, Alter. Das war das für ihn noch. Wieso hat er auf dich erschossen? Und wo war dein Kumpel hin? Hm. Den hab ich auch ordentlich reingefeuert. 327 Damage und 242 Body Armor. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Sie hat keine Fußabdrücke. Das ist eine einzige Rundung. Also, wie reingestanzt. Als hättest du elf Fass abgesetzt immer. Aber 20 Zentimeter sind wir Fassabdruck. Ich hab hier, glaube ich, Schlüssel mit. Ich weiß gar nicht, was ich mit habe. Ich bin einfach nur mit. Directors Office. Wir werden wohl eh aufs Maul kriegen. Wir kommen nicht mehr bis dahin. Und beißt die Maus keinen Faden ab. Nee. Bis rein kommen wir gleich noch. Aber nicht wieder raus. Aber nicht wieder raus. Wir sind ja noch voll auf dem Battlefield Trip und alles. Ganze Scheiße. So sieht's aus. Hier ist nicht einfach nur drücken und weg. Lachen und zurückkommen. Ja. Hier drinnen kann ja auch ein Strom sein. Ja. Boah, eher unten nicht, denke ich mal. Boah, da geht's schon los. Wo? Könnte ja irgendwo. Vorne am anderen Eingang. Achso, das war ja nicht bei uns in der Halle. Ja. Bei uns in der Halle. Bist du draußen gleich? Ja, 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 ja. Im roten Container hinterm. Dort, der Wegscher. Keine Ahnung. Nicht der Eingang, wo wir rein sind. Der andere. Von dort kommt das irgendwie. Ich denke, schon wird der Hitze hier. Nein. Nein. Entschuldigung. Er ist aus. Ich hab ihn weggemacht. Ja genau. Warst du? Eine einzige Kugel getroffen. Genau. Er stand vor mir hier voll. Achso. Genau. Ja. Ich hab mir direkt reingerannt. Ja genau. Und ich hab kein... Ach ne komm ne auf. Ne komm. Ich lösche das Spiel hier. Nein! Doch. Müll ist das alter. Der stand zwei Meter vor mir. Ich hab das ganze Magazin rein. Mit der kleinen Uzi hier. Aha. Und habe keine ähnliche Kugel getroffen. Genau. Ja die Roller krieg ich auch nicht heran. Mami. Ja. Auch nicht der Kleine, die mit ihm. Den Blei hat's zerrissen. Auf ihn. Mann. suche mal an. Die ist ein Arschloch, Alter. jetzt will ich den mal angucken hier level 22 den mach ich nackig gleich, sollst du mal sehen dann wird er zu jedem auf mich geschossen, hab schon gar nicht gesehen ach, leere magazine, alter ich hab halt kack munition was willst du erwarten? ja, was ist sauer wohnen, wohnen, suka wohnen nicht Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Der eine Typ ist ein Granatwerfer, der eine Sniper und der andere hat eine übelste Turngewehr. Das sind die Bloodhounds? Ne, das sind doch die Goons. Manche die Goons sind das, stimmt. BirdEye, Pigpipe und Knight. Ja, stimmt. Bloodhounds ist irgendwas anderes. Wer sind denn die Bloodhounds? Vielleicht so eine Spezialeinheit? So wie... Wie heißen die? Nicht Scavs, sondern Raider oder sowas? Ne, irgend sowas. Aber welche? Ich hab noch nie was davon gehört. Doch nicht. Gut. Bluthounds sind sie hier. Mal ein Wiking-Dummel annehmen. Ach hier. Oder brauche ich die Maps noch? Ich pack was hier. Warte mal. Scheiße. Ich kann mich nicht umdrehen. Boah, ich hab einen erlegt. Nein. Alter, das war aber... Ich hatte... Kaum Platz mich zu move'n, alter. Ah. Ah. Die sehen aus wie Scavs oder Scavsräuter. Haben 750 HP. Warte, mach ruhig. Ruhig. Alter, schade, schade, schade. Ey, das war ein zweiter. Links neben mir noch einer gerannt. Ach man, diese scheiß Munition, alter. Weil ich keine bessere Munition für diese Dreckswaffe habe. Oh, zwei Spieler erschossen. Zwei Scavs. Immerhin, ja. Für die erste Runde seit, was, gefühlt drei Monaten oder so? Ne, länger. Oh. Fast vier Monate. Ich hab ja Ende Februar so das letzte Mal gespielt. Mhm, eben. Ja, gar nicht so übel. Die pickles ist nochmalostups. Also, ich werde des Preform ушtes nur für wenige gegebenen Zeiten. Ich muss jetzt einfach über nichts. Das war's. O건 Teil haltmist? Für die Reals ist nur da. All- millones. Im Put-Kindig. Multi-Kindig. Esuft hilft, spelled 여기에 desert. Bis zum nächsten Mal.